Pfff, ich hab das schon mal gemacht. Guck mal, die Kamera gelächelt. Der Spitz. Boah, Männer. Nein. Nein. Das war ja dreckig. Hast du doch gesagt, der ist langsam? Oh, der ist doch ganz schön schnell. What the fuck? Oh, da haben die den General überholt. Die Kreuze sind nicht ganz schön schnell unterwegs. Ja, ja. Nein, hör auf. Das geht so einfach nicht. Ja, die Kreuze sind schneller, damit wird es gar nicht mehr langweilig. Die Kapsel ist auch gar nicht so langsam. Ja, aber die kann schnell. Wie stört den auch mehr an? Ich höre hier eine ordentliche Breakerfahrt. Schneider ist genauso schnell. Unsere zweite Breakerfahrt in diesem Jahr. Ja. Ne, wir sind in Berlin noch eingefahren. Ach ja. Aber Schneider ist genauso schnell wie der. Von der Platte sind... Die Kreuze sind wahrscheinlich sogar schneller. Ja. Das Laune ist auch gut. Aber jetzt sind die Kreuze nicht mehr so schnell. Wie sieht gerade los heute? Alter, geht los! Boah, toll! Neue Website. Neue Website.